moin moin willkommen zurück zu einer weiteren folge badnors für die switch wir machen genau da weiter wo wir letztes mal aufgehört haben und zwar haben wir jetzt fünf kommandeure und entscheiden wie viel wir immer irgendwo angreifen wollen wir greifen jetzt mal regel an damit wir runterkommen mit schilder können ich aus wie ich mitnehmen kann ich eine bestimmte mit akku mal kann ich auswählen ich da euch den fauschen ok ok halt mal diese nation weniger kommandeuren glaube ich jetzt echt schwierig hier schon ein bisschen einmal das machen wir danach wenn es noch ein paar mehr kommen und wir müssen auf jeden fall in ihr land kommt es kommen wir von da gar nicht immer mal hier rutsch haben wir hier hier jetzt habe ich so ich mir gesagt habe Aber egal. Oh. Richtig viele. Gelben? Ja. Einen guten, ähm, Proben-Schütz kommt da drin. Darauf treffen, oder? Okay, das war jetzt nicht so schwer. Aber auch welche? Okay. Okay, die wollen da auch etwas anders machen. Für den... Hier hin. An den können wir nicht hochkommen. Hier hin vielleicht. Wir können hier nicht hochkommen. Die roten, die hier oben hin. Die grünen. Hier hin. Das war jetzt gar nicht so schwierig. Das war jetzt gar nicht so schwierig. Dann kann ich nicht aufteilen, ne? Hier muss man... Wir machen daraus Widerstand. Perfekt. Perfekt. Ja, können wir da machen. Möller. 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 Widerstand. Möller. 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 Oh'n Schütz. Möller. Möller. ich glaube oder kommt glaube ich gute kämpfer ich bin zumindest merkwürdig aus ok 3 Nein! Shit! So, look it! Da kommen noch ein paar mit... ...dach der Macht... ...den wir vor ein... ...den wir mit den Schilden... ...worn hin... ...die roh... ...liegt müssen auch gerne hin... Ahem! Ah! Ja! Ja! Kein nur so viel... Aber jetzt kann man es da noch... ...nach einen... ...versuch zum Verbündeten holen... ...das machen wir auch gleich... Wo war der Insel? Das ist eine Strategie der Form der Insel. Ja, das versuchen wir ja... ...erhöhung so gut... Achtung ist auch nicht schlecht... Oh! Okay... ...weliger Sicht würde ich sagen... Da gleich wo... ...große Insel... Da kommt die Booter... ...die Boden schießen... ...in da ein Land und können auch nur die eine Stelle hoch... ... paiet... Okay jetzt nur ähm... ...warschlegt... aber das ist schwierig jetzt ich habe schon richtig daran und ihre jetzt war doch hier hoch Ah. Ja, ja. Da geht wohl. Ich kann noch mal zwei Polisse. Das war's für heute. beinahe getötet da kommen welche die kiste hier aber die sind weggellt da ist er auch was anderen tüb Missed. Ei, ei, ei. Mist, da kommen noch mehr Bögenschützung. Ach. Nein, wird da oben bleiben, ihr Spinner. Weiß ein, guck mal, dann ist tot. Mann. Shit. Ach, jetzt haben wir den 9,9 verloren, die wir da hätten erobern können. Ja, größer. Eigentlich. Na gut, wir haben die alle ja noch. Ei, 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 ei. Ja, ich wohne jetzt nicht, mit zwei Leuten also wohnen wir jetzt noch nichts. So hier rein. Shit. Was soll's? Ja, eine Insel nehmen wir noch hier. Was soll's? Okay, also, schauen wir an. Und. Gleich durch schweren Geschütze angehackelt. Welchen Weg laufen ist die Frage, ne? Laufen sie rechts oder links hoch? Wenn wir hier längst laufen wollen, packen die Pekaniere hin. Vom anderen sind halt einfach unsere, unsere stärksten. Und das ist nett. Oh, wir haben die Gefäße ausgehalten. Dann mit den Schilden bringen uns das. Da hin. Wenn er die, du kannst überholt, kann ganz viele Stellen hoch. Ich kann ja fast überall hoch. Ja. Ou weis See. Ja. Nochmal, da hin. Der Bernhof ist ein super Schwager. Aha. Ja. Ja. Okay, um... Okay, da kommt die anderen. Ähm... Ich fülle noch kurz auf, muss das nicht klappen, dass die alle hier platt kriegen. Ich fülle noch kurz auf. Ich fülle noch kurz auf. Ich fülle noch so zwei von diesen starken Typen. Ähm, ja. Und äh, die... Ich wollte keine Bombe werfen. Der roten Schick auch mal hier runter. Genau in der Mitte. Machen wir noch kurz. Dann dauert es nicht, bis die Bombe fliegen. Das ist jetzt noch mal. Okay. Das war jetzt ziemlich cool. Oh, eine Schutterbombe. Die Bombe gefällt mir. Bomben zum Krieg. So, warte mal. Mal mehr abgeben. Halte Pro... Pro... In... So. Pro. War ja nicht schlecht. Gut. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss. Bis dahin. 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 Vielen Dank.